Viele Grüße aus Vechta von Höfmann Reisen. Während sich die einen auf den Weg nach Schottland machen, bereiten sich die anderen auf das diesjährige Sommerferienlager vor. Heute trifft sich hier das Betreuungspersonal für die Höfmann Sommerferiencamps in Italien. Gegenseitiges Kennenlernen und Einstimmung für die Aufgabe im kommenden Sommer. Teambuilding in bewährter Höfmann-Manier. Das auserwählte Personal kommt aus ganz Deutschland und aus den unterschiedlichsten Studien- oder Berufszweigen. In Ingolstadt mache ich duales Studium bei Audi. Elektrotechnik und Elektromobilität studiere ich da. Ich bin Krankenschwester in Osnabrück auf der Kardiologieüberwachungsstation. In meiner Freizeitstudie bin ich auch bei der Kirche aktiv, habe da schon das Ferienlager mitbegleitet. Ja, ich war selber vor, keine Ahnung, zehn Jahren oder so schon viermal mit und es war super. Und ich habe damals schon gesagt, ich möchte irgendwann auf jeden Fall als Freuer mitfahren und jetzt ist der Tag schon gekommen. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Dann kann es ja losgehen ins Sommerferiencamp nach Italien, direkt ans Mittelmeer im Höfmann-Feriendorf. Wir erleben Italien. Es sind noch Plätze frei. Wir sehen uns im Sommer.